Ich freue mich jetzt sehr auf unseren ersten Kino-Speaker. Ich hoffe, ihr auch. Es geht um kein geringeres Thema als das Thema Responsible AI und die Zukunft der Bildung. Wir werden jetzt ein Schlaglicht auf Europa richten und fragen, was sind hier die Entwicklungen, aber was sind auch in Bezug auf dieses Thema die Herausforderungen. Es ist jetzt wirklich eine große Freude, an Alois Krittel abzugeben. Er ist studierter Wirtschaftsinformatiker und Ingenieur. Er war Unternehmensberater im Bereich digitaler Technologien. Bis vergangenes Jahr aktiv als Executive Director der Innovations-Kontaktstelle X. Das ist ein gemeinsamer Wissens- und Technologietransfer-Hub der Stadt Hamburg und der Handelskammer Hamburg. Seit 2019 ist Alois Geschäftsführer und Gründer des Artificial Intelligence Centers ARIC in Hamburg. Ihr werdet viele von euch wahrscheinlich kennen. Dozent an der Uni Hamburg, der VOM-Hochschule und Mitglied in diversen Lenkungsgruppen und Beiräten. Und was jetzt ganz aktuell interessant ist, wenige Tage her, seit dem 1. April ist er CTO des neu geschaffenen Resorts Technology beim E-Learning-Anbieter Pingtum. Und da verantwortet er das Thema Ausbau von KI als Schlüsseltechnologie. Now responsible AI und alle Fragen, die sich daraus ergeben, bitte auch eure. Herzlich willkommen auf der Bühne, Alois Grittel. Ja, erstmal herzlichen Dank. Vielen Dank. Es ist toll, was hier sozusagen das ganze Organisationsteam und diejenigen, die hierfür verantwortlich sind, alles geschaffen haben. Wir haben ganz spannende Talks und auch ganz wichtige Themen, die wir in den nächsten Tagen hier diskutieren. Und ich möchte mich heute in meiner Keynote darauf konzentrieren, sozusagen, was ist eigentlich aus europäischer Perspektive, aus europäischer Sicht wichtig? Wo kann KI heute schon in dem Education-Bereich helfen? Und wo gibt es vielleicht noch Punkte? Wir haben vorhin gehört, KI-Entwicklung und die dynamische KI-Entwicklung hat auch was mit Ängsten zu tun. Das heißt, wo gibt es auch Möglichkeiten beziehungsweise Stolpersteine der KI-Implementierung? Und bevor ich das mache, darf ich noch an diejenigen, die das ARIC, das Artificial Intelligence Center, nicht kennen, aus dem wir heraus viel KI-Aufbauarbeit sozusagen leisten, einmal kurz vorstellen. Hier habe ich ein schönes Foto mitgebracht von unserem Headquarter in Hamburg, wo wir sozusagen uns 2019, wo wir die Kräfte gebündelt haben in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, um ein KI-Zentrum, das an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sozusagen fungiert und Wissens- und Technologietransfer unterstützt, entsprechend ein Ramp-up darauf zu machen. Und so ähnlich, wie wir das gerade schon von Britta gesehen haben, wirklich ein Ökosystem in Gang zu setzen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir um kritische Masse in diesem Thema KI, also kritische Masse an Infrastruktur, an Know-how, an Expertinnen sozusagen zusammenzubringen, in Ökosystemen denken müssen. Um Ihnen dann einen kurzen Einblick zu geben, was wir machen, es ist so, wir sind ein Non-For-Profit, das heißt nicht gewinnorientiertes Public-Private-Partnership-KI-Zentrum, das offizielle der Freien Hansestadt Hamburg und der Metropolregion. Und wir haben unterschiedliche Aktivitätsstränge, mit denen wir uns sozusagen tagtäglich beschäftigen. Und gerade in der netten Intro ist ja schon gesagt worden, dass Themen, die sozusagen mir am Herzen liegen, von der Bildung, von dem Einsatz der KI im E-Learning, E-Training bis hin zur KI-Entwicklung und Weiterentwicklung in der Infrastruktur, viele Themen dabei sind. Wir haben uns natürlich in der Metropolregion Hamburg angeschaut, wo gibt es große Herausforderungen in der Zukunft, wo gibt es heute Cluster und Branchen, die wir einfach sozusagen brauchen, die auch sich in der Transformation befinden und wie können wir die bestmöglich unterstützen, das Thema KI vernünftig zu strukturieren, zu verstehen und dann am Ende auch einzusetzen bzw. weiterzuentwickeln. Und deswegen sind wir in diesen Aktivitätssäulen, Sie müssen glaube ich immer nach links und rechts gucken, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen, sind wir aktiv und haben da inzwischen ein breites Portfolio. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir uns momentan seit einigen Monaten aufgrund auch dieser Dynamik, was Generative AI angeht, insbesondere in den großen Sprachmodellen, dass wir uns da in einer sehr fordernden Zeit eigentlich befinden. Und dass es insgesamt zu vielen Kurzschlussreaktionen kommen, teilweise nicht wirklich substanzvollen Diskussionen und das ist genau dieses Feld der Information, die wir uns als Non-For-Profit-KI-Zentrum gegeben haben, dass wir unabhängig sozusagen Information aufbereiten und dass wir versuchen, auch eine chancenorientierte, aber entsprechend auch informative Diskussion loszutreten und entsprechend zu unterstützen. Deswegen freut mich das sehr, dass wir heute diese Brücke hier schlagen und nicht nur zwischen Hamburg und Heilbronn, sondern letztendlich auch zu den Partnerstandorten, die hinter den Veranstaltern entsprechend stehen. Das ist ein gutes Stichwort, Informationsaufbereitung, dynamische Zeiten und deswegen möchte ich jetzt quasi Ihnen mit diesem Bild so die eine Seite der Extremsituation vorstellen. Und zwar könnte man sich fast heute als Technologie-Enthusiast in einer Schwerelosigkeit befinden und sagen, eigentlich sind wir in so einem KI-Disneyland aktuell. Es passiert sozusagen, es vergeht nicht eine Woche, wo wir nicht irgendwelche Nachrichten über signifikante Weiterentwicklung oder über gewisse neue Proof of Concepts beziehungsweise auch schon Beweise von auch schon in den 60er, 70er Jahren begründeten methodischen Konzepten sehen. Das heißt, wir sehen, dass die KI-Entwicklung unheimlich schnell sozusagen voranschreitet. Wir sehen so etwas, dass beispielsweise ChatGPT inzwischen 1,7 Milliarden NutzerInnen weltweit quasi in seinen Bann gefasst hat. Und das ist sicherlich auf dieser einen Seite einfach unglaublich technologisch gesehen eine fast Maßmission, die alles scheint zu ermöglichen. Und wenn wir jetzt weitergucken und die andere Seite uns anschauen und ich muss sagen, die andere Seite, das sind die meisten eigentlich in der Gesellschaft. Die Nicht-Technologen, die schauen sich die Realität an und sehen, okay, in ungefähr der gleichen Zeit sind wir eigentlich durch große Krisen gegangen, Pandemien, durch Kriege, durch geopolitische Verwerfung. Wir sehen, was Klimawandel und so weiter mit sich bringt und vor allem sehen wir, wie fragil eigentlich unsere Ökosysteme sind, insbesondere die, die vor Menschen geschaffen wurden. Und das zeichnet einfach mal so dieses technologische Disneyland auf der einen Seite und dann dieser krasse Kontrast zu der Realität, die uns alle als Gesellschaft international sozusagen dann auch erdet. Und das führt, und das ist nicht immer ganz gut, zu eigentlich einer Abkopplung und Spaltung. Was wir momentan beobachten aus dem ARIC heraus, aber auch ich aus meinen unterschiedlichen Beiratsfunktionen und auch Aufsichtsratsfunktionen, ist, dass es eigentlich eine Abkopplung gibt zwischen einer Technologie-Elite sozusagen auf der einen Seite, zwischen den Enthusiasten und zwischen dem Rest irgendwie der Bevölkerung, die teilweise in solchen Lost-in-Translation-Diskussionen sich befinden. Wenn man sich die Medien einfach nur durchschaut und entsprechend gar nicht genau substanziell einordnen kann, was passiert da eigentlich, dann entstehen natürlich schnell Ängste, teilweise aber auch Übererwartungen, die eigentlich gar nicht erfüllt werden können. Und man ist dabei und da müssen wir, glaube ich, unbedingt gegen ankämpfen. Deswegen freut mich das so, dass so viele heute hier dabei sind und auch online sich zugeschaltet haben. Man muss eigentlich dagegen ankämpfen, dass sich dieses Feld immer weiter entzweigt und dass wir am Ende diejenigen abhängen, die wir alle dringend brauchen. Denn das, was vorhin auch schon von Britta und unserem gezeigt wurde, ist dieses Thema Fachkräfte. Und da kann man sich, glaube ich, heute sicherlich darauf einigen, das ist eins der großen Probleme, die wir haben. Und wir hatten vorher die Statistik gesehen, 780.000, glaube ich, waren das, nur im technologischen Bereich. Wenn Sie sich aber jetzt anschauen, wer auch dringend in dieser Krise, in diesen fordernden Zeiten gebraucht wird, dann ist das der Pflegebereich, der Bildungsbereich, dann ist es die Verwaltung, wo wir auch aufgrund der Alterspyramide in eine wahnsinnige Pensionierungswelle zusteuern. Und natürlich ist es auch der Mittelstand bis hin zu den Startups, die alle eigentlich über dieses gleiche Problem reden. Und da macht es natürlich wenig Sinn, so eine polarisierende Diskussion zu führen und die auch noch zu verstärken, die uns auch noch Ängste macht und teilweise einfach suggeriert, okay, wir werden ja übermorgen gefühlt in diesem technologischen Disneyland ja gar keine Arbeit mehr haben. Das heißt, auf der einen Seite sagt man, eigentlich ist alles schon gelöst. Wenn selbst jetzt KI so einfach mit wenig Einstiegsbarriere in die kompletten Microsoft-Produkte integriert ist, dann habe ich eigentlich keinen Platz mehr in der Gesellschaft und dann sind alle Probleme gelöst. Auf der anderen Seite ist es so, dass KI teilweise aufgrund dieser polarisierten Diskussion komplett wiederum runtergeredet wird. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht aus dem City Department of Education aus New York. Die sagen, ja, Chat-GPT ist zwar schön und gut, aber eigentlich lehrt es uns die falschen Skills. Also da wird das sozusagen komplett runtergeredet. Auf der anderen Seite kommt dann der MIT Technology Review im April, also recht frisch und sagt, wow, ja, das wird die Bildung und unsere Bildungssysteme, Lernkonzepte nicht zerstören, das wird sie erretten. Ja, und dazwischen gibt es dann diese Nachricht, 300 Millionen Jobs, ja, und alle werden arbeitslos. Und aus diesem ganzen Konglomerat, ja, was ich vorher gezeigt habe in diesen zwei extremen Bildern, da müssen wir uns irgendwie drin bewegen und versuchen, also weder zu verteufeln noch zu vergöttern, die Technologie, sondern überlegen, wo kann man es denn substanziell sozusagen einsetzen und was sind eigentlich die großen Herausforderungen wie der Fachkräftemangel, wo wir dringend neue Technologien brauchen. Jetzt müssen Sie wieder mal nach links und rechts gucken. Ich habe einfach mal so ein Bild eines Standard-Hörsaals mitgebracht. Auch da habe ich damals Informatik studiert und wenn man sich das anguckt, dann wüsste man gar nicht, aus welcher Zeit ist das eigentlich fotografiert worden. Ja, schöner Frontalunterricht, irgendwie gelangweilte Gesichter links und rechts, dann wird das nach oben hin gestapelt. Und klar kam dann Pandemie, dann war es wieder remote, aber es gibt noch viel, viel Potenzial nach oben, sozusagen Luft nach oben, ohne dass ich jetzt mich hinstelle und sage, irgendwie universitäre Ausbildung ist veraltet. Das nicht, aber es gibt einfach noch viele Hebel, die man triggern sollte, damit das Ganze vielleicht etwas adäquater zu der Situation ist, wo wir sind. Und um nicht nur die universitäre Seite der Education zu zeigen, habe ich hier so ein typisches Bild, irgendwie schickes Büro. Und das zeigt eigentlich die Situation der Weiterbildung, die häufig in der Industrie, in der Wirtschaft gemacht wird. Und das wird verworkshoppt und am Ende sind die Konzepte ganz häufig immer noch die gleichen. Ja, jemand trägt irgendwas frontal vor, so wie ich heute und dann gucken sich die Leute das an, nehmen vielleicht was mit. Aber so richtig innovativ, ja, das unterscheidet sich vielleicht von der Architektur zwischen 70ern und sozusagen Zukunft, aber nicht so wirklich. Das heißt, da auch wieder die Erdung, es gibt noch viel Potenzial und viele Baustellen. Und ich habe mal eine Studie mitgebracht, ich weiß nicht, ob Sie das hinten sehen, deswegen werde ich da die Key Messages Ihnen nochmal mitteilen. Und die zeigt eigentlich die Gegenüberstellung zwischen Wunsch und Realität und zwar auf der methodischen Basis. Ja, da gab es genügend Befragungen, statistisch sozusagen große Anzahl an Antworten von Arbeitnehmern. Also ich bin jetzt sozusagen in der Weiterbildung und die Frage war, gibt es eigentlich offene Wünsche oder treffen die Methodiken und die sozusagen Werkzeuge, die heute auch uns AdTech zur Verfügung stellt, Weiterbildungsdienstleister eigentlich den Bedarf. Und um das zusammenzufassen, Angebot und Nachfrage kommen hier nicht wirklich zusammen, weil mehr als ein Drittel der Leute eigentlich sagt, nee, ich wünsche mir deutlich andere Gegebenheiten, wie zum Beispiel Learning on Demand, mobiles Lernen, viel individualisiertere Lehre und das wird momentan nicht bedient. Und auch das hatte Britta schon angesprochen. Wie sieht es denn überhaupt mit den Trends aus, um jetzt zu zeigen oder darauf hinzuarbeiten in meinem Beitrag, haben wir denn eigentlich die Möglichkeiten? Und wenn man sich diesen Hype-Cycle, der häufig in der Trendvorschau gezeigt wird, anschaut, dann sieht man, dass methodisch, das heißt die methodischen Trends eigentlich schon seit einer längeren Zeit sich auf dem sogenannten Plateau der Produktivität befinden. Das heißt, das ist kein Hype mehr, der nach oben schnellt und runter geht. Ich sage nur Stichworte wie Metaverse und so weiter, sondern das sind Technologien, die sich da gerade rechts befinden. Die sind erprobt, die sind vom technologischen Reifegrad sicherlich gut einsetzbar. Wenn man sich jetzt noch weiter anschaut und wirklich Metastudien macht und gerade in dem Bereich auch der Weiterbildung, wo wir als ARIC unterwegs sind, aber wo ich das ganze Thema auch pinktumseitig sozusagen nach vorne treibe, dann findet man eigentlich immer wieder ähnliche Begriffe. Und das sind Anforderungen, die sich dahinter verstecken, die Education und Modern Education, also moderne Lernkonzepte eigentlich abbilden sollten. Und das ist genau dieses Thema der Personalisierung, der Adaptivität, das heißt der Anpassung auch an solche Themen wie, was für ein Lerntyp sind sie eigentlich? Wie sollte das Lerntempo funktionieren? Aber auch solche Sachen wie Motivation, Engagement, Ubiquitous sozusagen, die Verfügbarkeit und vor allem die Skalierung. Denn die Skalierung, wir sind ja hier sozusagen in Bereichen, wo man Studienplätze noch bekommt und wo man die Möglichkeit hat, sozusagen in den Genuss von Lehre zu gelangen. So sieht das nicht unbedingt überall auf der Welt aus. Das heißt, dieses Thema der skalierbaren Möglichkeit, entsprechend Education anzubieten, das ist noch längst nicht gelöst. Und natürlich auch dieses Thema sollte das Ganze nicht, auch das ist erforscht hinlänglich, deutlich interaktiver sein. Das sind sozusagen die Wünsche. Und wenn ich jetzt wiederum und da speziell auf die KI blicke, dann kann man sagen, okay, wir müssen Stand heute, das hat man auch in dieser Trendfolie gesehen, nicht mehr das Rad in allen diesen Dimensionen neu erfinden, um das zu gewährleisten, sondern viele der Sachen kann man heute sozusagen out of the box mit entsprechenden sorgsamen Anpassungen und auch der guten Wahl. Deswegen freue ich mich jetzt schon, dass nachher Jonas uns was von Aleph Alpha auch vorstellen wird. Kann man nutzen. Ja, der Werkzeugkasten ist da, ist robust und sicherlich vielfältig, um entsprechend diese großen Herausforderungen, die da rechts auf Education zukommen, zu meistern. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Damit möchte ich zwei Facetten eigentlich beleuchten. Die erste ist, vielleicht kennen Sie den, die Entwickler von uns, von euch kennen das von GitHub, das ist der sogenannte Co-Pilot. Und das ist letztendlich ein trainierter Algorithmus, ein Assistent, der es den Entwicklern ermöglicht, in der eigenen Entwicklungsumgebung entsprechend Vorschläge für Programmcode zu erhalten. Und das wirklich on the fly. Das heißt, ich fange an zu entwickeln, gebe bestimmte Sachen ein, so wie Sie das aus dem Prompt Engineering auch kennen und aus dem Prompting oder den Anfragen an solche großen Sprachmodelle. Und ich bekomme dann entsprechend Snippets, die ich vorher vielleicht über Stunden und Tage in irgendwelchen Bibliotheken gesucht habe. Ja, oder in meinen alten Repositories. Die bekomme ich automatisch vorgeschlagen und kann dadurch deutlich schneller sozusagen zum Punkt kommen, Varianten ausprobieren. Und das ist nicht nur meine Einstellung, sondern inzwischen haben viele solche Art von Co-Piloten genutzt. Viele, die sich am Anfang beispielsweise einer Programmiersprache, dem Erlernen einer Programmiersprache befinden. Oder auch schon welche, die sehr tief drin sind und sind eigentlich fast alle immer überwältigt und sagen, endlich mal ein Assistent, Assistentin, die mir das ermöglicht, was ich ansonsten wirklich, wo ich sehr viel Arbeit verschwendet habe. Das Spannende ist, das gibt es natürlich nicht nur beim GitHub Co-Pilot, sondern beispielsweise, hatte ich gesehen, hatte Tristan irgendwann die Tage auch gepostet bei Hugging Face. Das heißt, bei vielen der bekannten Plattformen, die man nutzt, um KI-Tools zu entwickeln, ist das inzwischen, sagen wir mal, fängt an, ein Standard zu werden. Diese Unterstützung durch ein großes, am Ende hinterliegendes Sprachmodell, was aber einem keine Sprache, sondern entsprechend die Programmiersprache zurückgibt. Auch das Onboarding von Programmierteams, damit haben wir das auch ausprobiert, funktioniert deutlich effizienter und effektiver, als wenn ich das nicht hätte. Das heißt, einer, nicht der, aber ein Ansatz, um auch jetzt in dem Bereich der Informatik einen Schritt nach vorne zu machen und das etwas adäquater auszugestalten. Zweiter Aspekt, warum habe ich GitHub Co-Pilot genommen? Diejenigen unter uns, die sich auch mit dem Thema Datenschutz befassen oder befassen müssen und auch mit dem Thema IP, Intellectual Property, wissen, dass aktuell ein großes Verfahren läuft, weil sich natürlich bestimmte Programmierer, die dort entsprechend im GitHub ihre Repositories, also ihre Speicher von Programmcode und so weiter, Entwicklungsumgebung haben, beschweren und sagen, Mensch, ja, da sind unsere eigentlich, unsere Zeilen Code, die wir mal programmiert geschrieben haben, die sind da hinterlegt worden. Sie haben es vorhin gelesen, damit wurde das System trainiert und das verletzt eigentlich die Intellectual Property. Und dieses Thema gibt es nicht nur beim GitHub Co-Pilot, diese große Herausforderung, sondern Sie kennen das auch aus Diffusionsmodellen zum Beispiel wie Dolly und Co. Mit Journey, die auf einmal Bilder generieren, die sehr nah sind an gewissen Originalen, aber natürlich auch bei Texten ist die große Frage, wie gehen wir eigentlich mit Intellectual Property um und mit solchen Themen wie Datenschutz. Und das ist der Übergang auf diese europäische Perspektive, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir dort einen Differenziator machen können. Denn wenn man jetzt nochmal den Sprung, Sie haben vorhin das Büro gesehen, nach Hamburg macht und sich da einmal 360 Grad dreht, dann finden wir viele, viele Branchen, die Logistik, Health, Life Science, Education, Verwaltung, wo man nicht einfach Experimente machen kann mit KI, sondern wo man Standards erwartet. Die gibt es, by the way, auch in der Softwarepraxis auch schon lange. Das muss die KI nicht erfinden. Und das ist wichtig, dass man insbesondere auch in der B2B-Welt sozusagen auch an solche Themen wie Robustheit denkt, an Regulation, an Governance. Wer darf eigentlich entscheiden, welche Datenquellen für das Lernen von solchen großen, beispielsweise General Purpose AIs und großen Sprachmodellen genutzt werden, welche nicht. Wer ist dafür verantwortlich, wie die attributiert werden, wie das sogenannte Alignment funktioniert. Das sind alles Fragen, die meiner Meinung nach man sich stellen muss, wenn man wirklich will, dass die KI auch in die anspruchsvollen Bereiche und ich finde alle Bereiche anspruchsvoll, die auch nah am Menschen sind, wirklich dann implementiert wird und wir nicht auch über diese Kurzschlussaktivitäten dann in den Medien, wie beispielsweise aus Italien hören, die natürlich auch eine gewisse Sensibilität dann erzeugen. Ich glaube, wir können Differenziator in Europa machen, was das Thema Erklärbarkeit, Anonymisierung, Zertifizierung angeht. Natürlich dürfen wir uns vor Regulatorik sozusagen nicht die Innovationskraft nehmen lassen. Das ist völlig klar. Und deswegen ist zum Beispiel ein Ansatz, den wir verfolgen im AREC, dass wir interdisziplinäre Teams haben, dass wir wirklich mit Partnern zusammenarbeiten, die nicht nur aus der Tech, aus der KI-Ecke kommen, sondern beispielsweise auch Kanzleien, Leute, die sich mit Recht, mit Rechtswissenschaft auseinandersetzen, aber auch entsprechend mit gesellschaftlichen Werten und Vorstellungen. Ich glaube, dass in dem Bereich Europa durchaus sich nach vorne begeben könnte und dort einfach die Leitplanken setzt für saubere, sichere und entsprechend dann akzeptierte KI. Wir versuchen im AREC sozusagen diesen Schritt zu gehen. Deswegen machen wir auch sehr viele Weiterbildungsangebote, auch in Kooperation mit beispielsweise dem KI Campus mit Britta. Wir kennen uns schon länger und haben uns auch der generativen KI gewidmet. Seit Januar 2022 haben wir da mehr als 5000 interessierte UnternehmerInnen, SchülerInnen, Universitäten, Gesellschaft zu dem Thema aufgeklärt, haben immer versucht, diese interdisziplinäre Kompetenz einmal aufzuzeigen, die Notwendigkeit aufzuzeigen, dass man da auch dran arbeiten muss und entsprechend die auch in unsere Workshops und in die Projekte mit einpflegen zu lassen. Und damit bedanke ich mich. Ich bin ein bisschen über der Zeit. Wir haben aber, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für Fragen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Diskussionsbestandteile. Lieber Alois, wir sind ein bisschen einerseits über der Zeit, aber andererseits vor der Zeit. Ich entschuldige mich, dass ich den Slot ein bisschen früher gestartet habe als offiziell annonciert. Eure Fragen sind mehr als willkommen. Macht euch bemerkbar. Wundervoll. Wenn du so nett wärst, ich nehme auch jederzeit digitale Fragen mit rein, wenn sie denn kommen. Wir versuchen hier noch ein paar, technisch noch ein paar Leute an Bord zu bringen im Netz. Sei so lieb, wenn du dich ganz kurz vorstellen würdest, wer du bist und deine Frage. Ich bin Ute. Ich habe eine Newsletter angefangen, was ein bisschen das aufgreift zum Thema KI, weil ich möchte, dass wir sachlich über Themen diskutieren. Also es geht gar nicht um das Kritiklose oder sowas, sondern ich merke einfach, dass viele Leute interessiert sind. Und in dem Zusammenhang wunderbarer Teasertext natürlich KI Disneyland. Ich frage mich bloß, was ist jetzt dieses Disneyland? Ist das für uns dieses Disneyland, weil wir so viel ausprobieren können oder woher der Bezug? Genau, der Bezug ist ein bisschen technologisch gesehen. Ich meine, selbst in Zeiten, wo ich noch studiert habe, war es so, dass viele der KI-Methoden eher im methodischen Rahmen existiert haben. Das heißt, man hatte noch gar keine Beweise, wie tief geht irgendwann tiefes neuronales Lernen. In welche Richtung gehen sozusagen neurosymbolische Ansätze und, und, und. Und inzwischen ist man, man hat genug Hardware-Power, man hat quasi genug Foundation-Models, man hat auch genug Open-Source-Community. Das heißt, man kann sehr viel zusammen löten, auch ausprobieren, ja, auch mit Themen wie Auto-GPT rumspielen. Und hat eigentlich so ein bisschen, ja, scheint es alle Lego-Steine, die es irgendwie je gibt, die kommen auf einmal zusammen. Deswegen war dieses Bild, wow, das ist ja wie schwerelos, das ist Wahnsinn. Ja, tolle Zeiten. Darf ich ganz kurz anknüpfen an deine Frage, wenn du sagst, Lego-Steine, die kommen da zusammen. Wenn wir erlebt haben, was Lego im Laufe der letzten Jahrzehnte an eigenen Welten kreiert hat, würde mich jetzt interessieren, erwartest du in dieser wahnsinnig disruptiven, schnellen Entwicklung, die wir ja im Moment erleben, du hast Janet Traff ja auch mehrfach angesprochen, weitere Leapfrogging-Schritte nach vorne, die wir uns heute gar nicht vorstellen können? Oder denkst du eher, das ist jetzt inkrementell, das wird alles besser und die Bilder werden uns, wird alles noch schneller und mehr from Text to Video, als wir bisher haben, das noch viel besser ist und so. Was ist deine Erwartung? Also meine Erwartung ist, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass es jetzt nur noch inkrementell weitergeht. Dass wir jetzt einmal 2017, 2018, gucke ich immer auf Werner, mit Attention is all you need, kennen Sie vielleicht, das war so eins der Veröffentlichung von Google Brain zusammen mit der University of Toronto, die eigentlich diese Transformer-Architektur entwickelt haben. Und danach kamen viele Sprünge und Chat-GPT und andere sozusagen Modelle nutzen viel aus dieser Veröffentlichung. Die ist auch 2017, 2018 auf einmal erschienen. Natürlich gibt es Natural Language Processing als Disziplin sozusagen universitär schon deutlich länger. Aber trotzdem gab es immer wieder Paper, auch im Bereich Diffusionsmodelle oder Embodied KI, also AI, die, glaube ich, so etwas wie ein kleiner Leapfrog waren. Und deswegen jetzt zu sagen, jetzt ist alles erfunden in der KI und das war es, das wäre einfach statistisch gesehen eine falsche Annahme. Ich glaube, wir werden noch mehrere von solchen Sprüngen haben und wir müssen uns als Gesellschaft auf jeden Fall darauf einstellen, dass das kommt. Wenn du sagst einstellen, interessiert mich, ob die Frage der Lehrfiguren, nenne ich es jetzt mal, die Frage des Professors, der Professorin, der Lehrenden, die Selbstbefragung, wer bin ich, was ist meine Rolle? Du hast ja eben von Assistentinnen gesprochen, die KI als assistierende Funktion. Glaubst du, dass es total wichtig ist, dass wir diese Frage, was ist meine Funktion und wie kann ich kollaborieren, systematisch stellen müssen und ganz anders auch in Ausbildung reinbringen müssen etc.? Also genau das, was du gerade sagtest, als Letzteres in Ausbildung integrieren, unbedingt. Weil das ist genau die Möglichkeit, um entsprechend von der, ich sage mal, eher rückwärtsgewandten Denke zu kommen und zu sagen, nein, wir müssen alles so behalten, wie wir das irgendwann in den 60er, 70er Jahren erfunden haben. Nein, es wird viel mehr Rollen geben. Dieses Thema des Co-Piloten, auch eigentlich ganz schlau, zeigt ja, ich muss ja nicht mehr einen Menschen neben mir sitzen haben, einen Dozenten, der mir jedes Mal sagt, wie programmiere ich denn? Sondern das hat ja immer schon auch in der Informatikausbildung viel mit Praxiseinsätzen gehabt, mit Programmieraufgaben und so weiter. Und jetzt habe ich auf einmal so einen virtuellen Assistenten, einen Co-Piloten, der mir dabei schneller hilft. Ja, das heißt, das ist so etwas wie eine neue Rolle, die vielleicht nicht völlig neu ist, aber augmentiert wurde. Ja, aber die Beharrungskräfte, ich will jetzt nicht, ich habe vor 35 Jahren studiert, aber die Beharrungskräfte sind zum Teil ja enorm. Wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich dieses, ich komme an Britta zurück, an dieses Ökosystem, das ist ja nicht mehr Ex-Kathedra und ich weiß alles. Nee, ich weiß vielleicht ganz wenig und die KI, ja, da wird überprüft, was die Daten liefern und die Biases kriegen wir noch raus und so weiter. Wie kriegen wir das hin? Also das eine wäre die Nachricht, es wird uns eh überrollen, wie man jetzt sieht. Ja, das heißt, was heißt, wie kriegen wir das hin? Wie ertragen wir das vielleicht, ist dann die richtige Frage. Die andere ist tatsächlich dann die proaktive. Ich glaube, durch genau solche Sachen, dass man kritische Masse schafft, dass man Unternehmen unterstützt, Ad-Tech-Unternehmen, Start-ups aus beispielsweise Europa raus, die sich zum Beispiel der Trustworthy, Responsible AI kümmern, die da aber auch weitere Schritte machen, dass man Ökosysteme entsprechend hier entwickelt, dass man nicht immer nur sagt, ja, wir warten, bis irgendwie aus China Software kommt oder aus, ne? Oder da oder aus der anderen Seite. Ja, aus USA, ja, klar. Sondern, dass man da aktiv einfach wird und mitgestaltet. Und ich glaube, es gibt viele junge Lehrkräfte, also so erleben wir das. Wir haben teilweise wirklich ganze Schul- und Universitätsklassen bei uns, die fordern das ein, die wollen das. Und das ist alles das, was gewollt wird, was sozusagen, wo es irgendwann Demand gibt, hat man immer gesagt, wird irgendwann kommen. Also gut, wenn das Prinzip von Angebot und Nachfrage in der Bildung tatsächlich so funktioniert, freuen wir uns drauf auf diese Entwicklung. Ich bin weiter neugierig auf eure Fragen. Ich habe das hier weiterhin on. Was erwartest du vom AI Act? Ist da eine Frage? Oh, bitte unbedingt. Wir kommen auch zu euch. Eure Frage ist immer mehr willkommen. Wunderbar. Achso, da bin ich so. Genau, wunderbar. Wer bist du? Ganz kurz. Ja, Sebastian Habler von der Fernuniversität in Hagen. Und bei uns gibt es natürlich auch immer die Frage durch ChatGBT, wie sieht jetzt in Zukunft die Prüfung aus? Also Hausarbeiten zum Beispiel. Kommen die jetzt von ChatGBT oder von ähnlichen KI-Lösungen oder ist es doch aus eigener Feder? Und ich fand das Beispiel ganz interessant von GitHub. Dass man jetzt, man hat ja oft auch Schreibblockaden und jetzt die Idee vielleicht, dass diese ChatGBT erstmal den ersten Entwurf aussendet, dass man erstmal so eine Art Schreibblockade gar nicht entsteht. Es gibt ja auch diese Schreibtypen, die dann erstmal was schreiben und dann diesen Text nochmal komplett umschreiben. Und dass die Prüfungsleistung jetzt darin besteht, diesen von der KI generierten Text entsprechend umzuschreiben. Also dass man da erkennt, was das sinnvoll ist. Kann das funktionieren? Oder wird es doch eher darauf hinauslaufen, dass ein Großteil der Studierenden gerade so auf dem letzten Drücker eben lediglich die KI generierten Texte ausgibt? Und das wäre für mich mal ein ganz interessanter Punkt, wie Sie das sehen. Also ich sehe das so, dass das auch ein bisschen die Frage ist, wie lernen wir damit umzugehen? Ja, dieses Problem der Lernseite gibt es ja im Programmieren genauso. Deswegen war das natürlich auch ein voller Erfolg, was Co-Pilot sozusagen GitHub da geschafft hat. Und wenn ich jetzt aber an, was Sie ja auch gestellt haben, die Frage an Prüfungsleistung, wie kann ich das beurteilen und so weiter denke, dann muss ich sagen, ja, dann müssen wir kreativer sein, wie Prüfung beispielsweise abgenommen werden. Also mündliche Prüfung Beispiel, als ein Beispiel oder entsprechend, dass man halt nicht sagt, ich bewerte nur den Output, sondern wie ist man zu der Lösung gekommen? Ja, die kritische Auseinandersetzung damit. Ja, nicht ist das jetzt echt oder nicht echt, sondern wie gehe ich methodisch damit um? Das heißt, es wird eine Umstellung sozusagen benötigen. Aber ich glaube, vieles davon können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Also als das Internet damals vorgeschlagen war, haben wir zwar auch immer so ein bisschen überlegt, was könnte das bedeuten? Und dann hat es teilweise in Bereichen wirklich zu Disruptionen geführt, die wieder ein Neues haben entstehen lassen. Und man konnte es nicht wirklich predictive irgendwie voraussagen alles. Aber ich glaube einfach, irgendwas zu verbieten oder zu sagen, das ist böse oder das ist, damit hat man alles erledigt oder wir werden nicht mehr lesen und schreiben müssen oder so. Das ist überall und das wäre dann so ein bisschen zu viel in einem polarisierten Raum in eine oder in die andere Ecke. Eher ausprobieren, nutzen, lernen damit umzugehen, lernen damit diese Anforderungen, die wir haben, die die meisten ja haben, einfach besser zu machen. Glaubst du, dass dann das Thema Plagiat auch völlig neu, also Plagiatsvorwürfe im ursprünglichen Sinn machen ja dann so keinen Sinn mehr, weil das eins zu eins übernimmt. Es geht ja dann um ganz andere Dinge. Dann muss das ja alles aufs Tapet. Ja, also Plagiat ist ja auch wiederum nah an Intellectual Property und an diesen Thematiken und ist ja nur eine Ausprägung von einem Produkt, von einem Ergebnis. Es gibt natürlich auch ganz viele andere, die dann in die Bewertung reinkommen und vielleicht nimmt dieses Thema Plagiat irgendwann, darüber diskutiert man gerade auch im Bereich der neuen Regulatorik im Bereich Patentwesen, vielleicht muss das auch angepasst und neu gedacht werden. Irre. Es ist irre, in was für einer Zeit wir uns befinden, weil eure Fragen sind wirklich mehr als willkommen, herzlich gerne. Auch weiter im digitalen Raum. Bitte, es läuft ja wie geschmiert hier in Baden-Württemberg. Also sensationell. Eine Frage, Andreas Rössler, Hochschule Essling. Die digitalen Kompetenzen oder überhaupt die Kompetenzen, die ich dann durch einen Assistent ergänzen kann, das verstehe ich. Aber wie viel eigene Kompetenz brauche ich denn? Also ich bilde Programmierer aus. Wie viel programmieren müssen die denn erstmal können, damit es sinnvoll ist, so einen Assistenten dazu zu geben? Also das Schöne ist, das passiert ja manchmal gerade in der Entwickler-Community, ohne dass da jemand drauf guckt, wie irgendein Hochschulorgan oder was auch immer und sagt, oh, was müssten wir denn, sondern es passiert einfach. Und da sehen wir so die ersten, ich meine, so lange gibt es das ja noch nicht, aber wir sehen in den ersten Ergebnissen verdammt wenig Basics. Sehr wenig bis gar nicht. Das heißt, wir machen eigentlich damit am Ende Programmierung auch Leuten zugänglich, die keine Grundbildung Informatik haben. Und das ist auch ein bisschen der Trend in einem Bereich der Technologisierung, dass die Schnittstellen wirklich runtergehen. Ob das dann wirklich sozusagen den Anspruch eines guten Softwareentwicklers nachher gelügt, oder ob das eher so etwas ist, wie mal schnell zusammengeschustert und abhängig von einem guten Assistenten. Das wird sich herausstellen. Aber ich finde erstmal überhaupt die Möglichkeit, dass jemand, der eigentlich wenig damit zu tun hat, dieses Handwerkzeug sozusagen so mitgeliefert bekommt, ist erstmal spannend. Und wir haben auch uns angeguckt, wie gehen damit wirkliche Profis um und die sagen nicht, oh nee, ich schreibe weiterhin alles mit meiner Schreibmaschine, weil das das Beste ist, sondern die lieben diese Tools. Von der Lehre her und von der institutionellen Denke her gibt es natürlich viele Fragezeichen. Ja, aber, achso, wollen Sie noch eine Frage daran richten? Kleine Zusatzfrage. Ich muss doch dann typischerweise wissen, wann dieses Ding halluziniert. Das heißt, also kriege ich denn dann nachher, wenn ich die Kompetenz gar nicht mehr habe, weil ich mir das alles schreiben lasse, dann kriege ich doch gar nicht mehr mit, wenn es den Fehler macht. Und noch schlimmer, ich kriege den Fehler auch nicht mehr raus. Das ist richtig. Also das Thema Halluzination ist ja auch in gewissen Transformer-Modellen immer noch eine große Herausforderung. Wir werden ja gleich noch eine schöne Keynote von Jonas hören, der sich natürlich auch mit Alef Alpha rangemacht hat, um dieses Thema Halluzination sozusagen entsprechende Antwort darauf zu machen. Nicht alle Systeme, die Transformer-basiert sind, müssen halluzinieren, wenn sie am Ende sozusagen optimiert werden in bestimmte Richtungen. Und es gibt natürlich auch viel Forschung in dem Bereich, wie kann ich trotzdem Nachvollziehbarkeit und Zwischenstufen und Kontrollen und so weiter einbauen. Aber das ist ein sehr dynamisches Feld, was Sie ja sicherlich auch hochschulseitig kennen und wo es viele gute Talente braucht, die sich damit auseinandersetzen. Wie passt aber das, was du sagst, zusammen mit diesem Wunsch nach dem Moratorium? Also wir wissen ja auch, Herr Musk hat sich das dafür eingesetzt und unterschrieben. Da weiß man ja jetzt nicht, ob er seine eigene Suppe kochen will in der Zwischenzeit, dieses halbe Jahr im Blick. Wie passt das zusammen? Also diese Traute, dieses Vertrauen, das du der Entwicklung aussprichst versus, ey Leute, wir wissen überhaupt nicht mehr, was da abgeht. Lass mal Pause machen. Ja, also ich glaube erst mal, dass dieses Thema Moratorium so ein bisschen eher so ein PR-Gag ist, aber das ist meine persönliche Meinung, weil derjenige, der das irgendwie vorangetrieben hat, zwei Wochen später eine KI-Firma eröffnet, die genau in diese Richtung reingeht. Ja, wo man sich sagen kann, ja, witzig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema der Technik folgende Abschätzung. Übrigens, da sind wir auch universitär in Deutschland nicht schlecht aufgestellt, was die Wissenschaft angeht. Das ist immer ein Thema bei Technologie-Sprüngen. Das heißt, die Frage ist sozusagen, ja, oder die ich mir dann stelle, wenn es jetzt kein PR-Gag ist, bringt das was? Also bringt sechs Monate Pause was? Hätte das was gebracht, wenn wir irgendwie uns schlafen gelegt hätten in der Corona-Pandemie für sechs Monate? Ja, hätten wir dann irgendwie, wären wir besser dann rausgekommen und hätten, weiß ich nicht, können Sie selber beurteilen. Danke, wir haben eine neue Frage. Nee, alles klar. Ja, Silke Hahn von Heise Medien. Ich würde gern zum Moratorium das nochmal aufgreifen, was Sie eben als Frage in den Raum gestellt haben. Und zwar, was bringt so ein Moratorium? Also Teile der Antwort haben wir ja gehört. KI ist zurzeit eine Goldgrube. Und ein Moratorium bringt denen, die noch hinten an sind, was. In dem Fall Elon Musk, der hat jetzt, wie man ganz klar sieht, TruthGPT und seine Domain XAI, die auch noch den Namen Explainable Artificial Intelligence okkupiert und einen Wahrheitsanspruch stellt. Das ist ein dreistes Geschäftsgebaren, das er an den Weg legt. Aber der Open Letter ist ja nicht nur von Elon Musk unterschrieben worden. Einige haben trotz Elon Musk unterschrieben. Und obwohl der von dem Future of Life Institute stammt, das ja auch von Musk finanziert ist. Long-Termism, andere Baustelle, Mars kolonisieren und so weiter. Aber auf jeden Fall, es geht nicht nur um das, was da drinnen steht. Es gibt da einige seriöse Forscher, Joshua Benjo aus Montreal in Kanada, ein ganz, ganz seriöser Wissenschaftler und einige weitere Renommierte, die das ernst meinen, Joffrey Hings, die auch tatsächlich denken, es wäre wirklich wichtig für die Welt, wenn wir kurz mal zu Atem kommen würden. Die Frage ist, lässt sich das umsetzen? Ein halbes Jahr ist tatsächlich, bringt gar nichts. Das bringt vielleicht Elon Musk was, dass er zwischendurch Twitter abgrast und mit anderen, nur ihnen verfügbaren Daten eine neue KI trainiert und die ein bisschen nach rechts abdriften lässt als Gegenmodell. Aber man muss bei all dem, was momentan passiert, immer hinterfragen. Was ist die Agenda von denen, die uns da gerade was erzählen? Was wollen die damit bezwecken? Ja, also kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank sozusagen dafür, für Ihre weiteren Erklärungen und Darstellung. Sehe ich ähnlich wie Sie. Wenn Sie keine weitere Fragen an der Stelle mehr haben, noch eine andere Frage. Da ist wieder jemand, ganz kurz in der Zwischenzeit, AI Act. Was erhoffst du dir für den Bildungssektor da von Europa? Ja, also das ist natürlich auch momentan eine sehr hitzige Diskussion, die ist schwer, da auch Stellung zu beziehen. Auf der einen Seite finden wir, wir stehen sozusagen als AREC, Artificial Intelligence Center, Non-for-Profit, stehen für Responsible Trustworthy AI und haben viele dieses Framework, was ich gerade gezeigt habe, unter anderem sehe ich Michael, hier haben wir mit ihm zusammen erarbeitet, mit weiteren Stakeholdern und finden das wichtig. Ob das jetzt geschickt im AI Act umgesetzt ist, sicherlich nicht an allen Stellen. Ja, weil jetzt auch wieder was geöffnet wurde, weil generative KI war damals nicht drin. Ja, das heißt, sozusagen der Versuch, das europäisch zu regulieren, dauert so lange, bis sich wieder etwas entwickelt, dass man wieder nachsteuern muss. Am Anfang waren die Definitionen, die dahinter standen, das hatte nichts mit KI zu tun, sondern einfach mit Algorithmen, oder wenn dann Aussagen, also noch nicht mal Algorithmen, Algebra. Das ist danach gebessert worden. Aber gut, also es gibt viele Sachen, die man kritisieren kann, aber auf der anderen Seite, wir entscheiden uns schon als Gesellschaft, gewisse Werte zu vertreten und zu sagen, das sind die Leitplanken. Ja, und wir fahren nicht irgendwie, weil wir können mit 7000 Stundenkilometern über Autobahnen oder was auch immer. Ja, das heißt, es macht Sinn. Nur die Frage ist, ist das pragmatisch? Ja, geht das nicht an dem Thema vorbei? Ist es nicht eine zusätzliche Belastung für KMUs, Startups und so, die jetzt nur noch Zertifizierung im Kopf haben? Ja, und wer die Welt rechts und links von uns auf anderen Kontinenten in einer Geschwindigkeit vorhanden ist? Gut, aber es ist eine größere Debatte. Ihre Frage oder deine Frage? Hi, Freddy von der Programmierschule 42. Ich wollte auch zu dem Moratorium nochmal ansetzen. Und ich glaube, die Idee dahinter ist ja, dass man diese sechs Monate nutzt, nicht um zu schlafen oder um andere aufholen zu lassen, sondern vor allem um das Alignment-Problem ein Stück weit mehr zu lösen. Also, dass man es schafft, diese Leitplanken und ein bisschen die Ethik in eine KI reinzubekommen, damit sie uns eben nicht abhaut oder nicht die Welt schlechter macht, als sie ist, sondern dass sie sie dafür nutzen, dass die Welt besser wird. Darf ich, da möchte Sie noch was oder nur noch was? Nee, nee, doch, noch kurz dazu und dann hast du das Schlusswort. Bitte, gerne. Ja, Michael Koff von der Lufthansa. Ich bin auch sehr, sehr oft im Austausch mit ARIC. Ich bin im Vorstand. Wir haben das ARIC auch gegründet im Prinzip aus diesen Gründen heraus, also auch zum Moratorium jetzt in dem Sinne. Wir brauchen in Deutschland oder generell diese Diskussion, diesen Diskurs. Und ob wir jetzt sechs Monate warten oder nicht, also in sechs Monaten haben wir eine andere Realität schon wieder. Die Geschwindigkeit, die Innovationsgeschwindigkeit ist das Thema. Und genau der KI-Campus, das ARIC und diese Diskussion, die wir hier haben, die hilft dabei. Wir müssen öffentlich darüber sprechen. Wir müssen erreichen, dass in der Öffentlichkeit KI ein Begriff ist und verstanden wird, was es kann, was es nicht kann. Da helfen die Regularien auch in dem Sinne nicht. Und die Geschwindigkeit ist da und es wird noch schneller werden. Vielen Dank. Nochmal dein Resonanzraum für die letzten beiden Wortbeiträge. Also es ist natürlich völlig richtig, dass es da auch gute Gedanken hinter gibt, wenn man dieses Thema auch PR und Mast da rausnimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob genau dieses Thema, ja, jetzt mal sechs Monate oder zwölf Monate und was soll da passieren. Dass es an sich ein Moratorium gibt, was nicht irgendwie versucht, etwas aufzuhalten und zu sagen, wir schnaufen durch, um dann was zu machen. Ich glaube, das ist unrealistisch, ja, weil alles bewegt sich weiter. Wir müssen das parallel mitdenken. Wir müssen, das hatte ich schon mal gesagt, wir müssen Ökosysteme, Unternehmen, Unternehmer eigentlich unterstützen, die da von sich aus den Unterschied machen, die da nicht drauf warten. Ja, ich glaube auch, ich erwähne jetzt zu häufig Jonas, aber Jonas hat auch nicht darauf gewartet, bis irgendwie jemand ein Moratorium ankündigt, sondern gesagt, nee, ich mache es halt anders. Ja, und wir haben in Hamburg und überall sozusagen auch in Deutschland vielleicht jetzt noch zu wenige Firmen, die den Unterschied machen, aber wir haben sie. Und deswegen geht es genau darum, was Michael sagt. Wir müssen die Diskussion eröffnen. Wir müssen proaktiv sein. Ja, gründet Unternehmen. Wählt die gute Seite sozusagen für euch. Das ist ja auch ein Wertekonstrukt, dass man als Mensch ja jeden Tag irgendwie abklopfen muss. Und werdet aktiv. Das ist das Thema. Also, vielen Dank für diese Aktivierungsnummer am Ende deiner Keynote. Vielen tausend Dank für den tollen Dialog mit dir. Also, in Jonas' Ohren müsste es jetzt massiv geklingelt haben. Wir machen jetzt eine 19-minütige Umbaupause, um dann diesmal pünktlich zu starten. Ich zeichne dafür verantwortlich. Erstmal mit seiner Keynote und haben danach ein Panel, was mit Sicherheit super spannend wird, das von Britta moderiert wird. Wenn euch jetzt irgendwas von dem mitteilungswürdig erscheint, was wir hier bisher diskutieren oder was ihr kritisch diskutiert, seid so lieb, packt es über den Hashtag UFFestival mit zwei F oder KI Campus in die sozialen Medien und lasst uns die Echokammern vergrößern und aus den Elfenbeintürmen rauskommen, genau mithilfe solcher Kommunikation. Vielen herzlichen Dank, lieber Alois. Wir gehen jetzt beide von der Bühne und wir sehen uns in 18 Minuten gleich wieder. Vielen Dank.